Mit den Händen der Arbeiterinnenklasse, gemeinsam mit der Frauenbewegung, der Jugend, den Migrantinnen und allen unterdrückten Sektoren der Gesellschaft, die Ende des Systeme, wo eine Minorität tiert profit von der Exploitation und der Oppression einer Majorität, während der Welt der verletzten. Wir bitten Sie, um den Kampf gegen dieses Kapitalismus zu verändern, um die Gesellschaft zu verändern. Wir wollen die Nationale-National-National-National-National-Nationalen!